Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Huntschorder und ich bin mit Red Skyline. Ah, die hab ich nicht gesehen. Warte mal, hab ich da gerade tatsächlich? Was? Nichts Schlimmes. Ich hab nur den Cursor im Bildschirm. Ah, bin ich. Glaub ich es zum ersten Mal. Heid hat davon erzählt. Oh, ich hab mich scharf freigeworfen, ich hab's da aus. Da fängt der Eilis hin und raus gehen. Ah, hab vorbeigeschossen. Ja. Ich steine jetzt in der Sack. Da fängt der Eilis hin zu. Ne, ein Tate? Ja, weiter. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Oh, tun die sich schwer da oben machen. Um Gas weg, oder was? Oh nein. Das klingt doch so, ne? Hm. Das ist langsam, ich müsste doch mal fertig werden. Malibu! Schützverführung! Schützverführung! Hm? Na, wo ist das von mir? Ich hab ihn erwischt Hat ja keine Ausdauer Ah, ich kann die Toolboxen, oder? Nee Aber wenn wir zum Wagen Hm Hm Oh, wie ist denn von mir? Ja, ja Was ist denn mit dem Pfeil da mal drüben? Erfahrung gibt's nicht, ne? Nee, kannst du sehen Da war ein Ast rechts Also, da lang Ja, das ist ein Fischmann Na gut Sind wir geschossen? Nein Nix lautes dabei Die sind da oben Hm Ah, die Bounty ist ja relativ dicht bei uns Hm Pferd Ich krieg zwei Schwarmbomben, ich krieg doch einfach nur einen weg Okay, ne weitere Beerenfälle Hm Ist der Cursor bei euch Irgendwann so weggegangen, oder musst du dir das Spiel neu starten? Oh, da ist er noch Oberm Berg, Oberm Berg Ja Hat einen Bogenhit, der eine Der sitzt da hinter? Hm, und einer ist oben Okay, die haben mich nicht gesehen In die falsche Richtung In die falsche Richtung Hier hinter ist einer Hm, einer ist wieder oben? Hm Die haben da noch so einen dummen Zombie Ich will hier auf dem Kopf nicht treffen, nicht Hier muss ich einfach gucken, ja Hier muss einer direkt vor mir sein Hier muss einer direkt vor mir sein Ich kann mich grad nicht bewegen, die bewegen sich nämlich auch nicht so aber er hat mich auf die bewegung shit das zombie verrät mich leider Oh, da kommt ein anderes Team. Sehr schön. Läuft. Sind wir auch. Ach da, da ist auch noch. Wenn dieser Scheiß-Zombie mir mal nicht folgen würde. Oh. Das ist auf dich auf mich. Das ging auf dich. Warum? Ach, die sind hier unten drin. Hm, da ist eine Hölle. Hm. Da ist auch noch ein Team. Sind wir irgendwo drauf hier? Hm. Hm. Ich weiß nicht, hat er mich gesehen oder nicht? Nö. Ja. Sehr schön. Das war Nummer eins. Den Zweiten sehe ich auch nicht. Das ist auch hier. Bei dir oben, ja? Hm. Und etwa da, wo der andere gestorben ist. Ich bin ein bisschen aufmerksam auf mich. Mhm. Ich sehe keinen. Ich kann jetzt auch nicht pingen, weil ich gespannt habe. Naja, richtig. Der Kumpel hat einen Pfeil im Kopf. Okay. Der Nekro ist weg. Und er ist auch weg. Kann es kommen. Nö. Oh, ich habe meine Waffe gewechselt. Was soll das? Warum machst du denn sowas? Warte, ist das eine Uppercut? Das ist eine Uppercut, ne? Wo? Hier? Oh, da sieht die nur so aus. Nö, das ist ein Uppercut. Kannst du haben, wenn du willst. Spielst du hier gerne. Ja, dann spiele ich lieber wie die Scheiße hier. Willst du meine Dings haben? Meine, äh, wie heißt sie? Deutsch? Nö. Ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich habe. So. Kriegen wir denn jetzt Heilung her? Ist hier irgendwo ein... Warte mal. Die haben doch noch zwei getötet. Na, wo? Die haben hier drüben gekämpft. Müsstest du dran vorbeigelaufen sein? Äh, komm, was hat mir geschossen. Da liegt einer. Wo? Hier. Bei mir. So. Aber war da nicht noch jemand? Ich habe nur einen gehört, wenn ich ehrlich bin. Okay. Na gut. Warum? Hä? Wo kommen die zwei Punkte? Ach, da muss ein Zombie durch oder was auch immer durch meine Fallen gelaufen sein. Dann hat das aber einen Spieler verfolgt oder so, weil da geht es eigentlich gar nicht weiter runter lang zu laufen, was ich gelegt habe. Da wäre das immer die Kette gewesen. Scheiße. Oh. Oh. Guck mal kurz auf der Merkrucke. Da sind wir trotzdem weit hinten, ne? Könnte ich wetten. Mhm. Da ist es noch nicht in Richtung Ausgang. Da sind wir noch drin, ne? Nö. Ja. Cool Musik. Boah, da sind wir links läuft was. Das sind aber nicht die. Das ist noch ein Team mehr. Naja, aber die Pfeile sind dort und dort irgendwo. Okay. Und links läuft jemand. Jetzt macht er wieder Kach. Ja, da oben. Ah. Sind zwei nochmal da oben. Ach, ich glaube da war das Dings Team. Ne, war es nicht. Nö, nö. Kann man denn auf dem Dach rocken? Ganz einfach. Ja. Ich hoffe die versuchen hier hoch zu kommen. Ja komm schon. Der wollte doch looten, ihr Geier. Ja. 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 Es ist so schön. Ich höre leider nichts mehr. Das kostet auf jeden Fall Heilung. Du hast den Nekro, du kannst mich hier eigentlich holen. Wo willst du denn nicht? Willst du alles selber machen, ne? Ne, ne, kann ich machen, aber... Wo ist das was? Ich guck mal kurz auf der Map, ob die nicht herkommen. Ah, dieser Cursor. Ich muss noch kurz raus tippen, wieder rein tippen. Dann sollte er wechseln. Ich hole dich erstmal. Ich höre mich eben gerne ab. Das hoffe ich nämlich auch. Der ist leider noch da. Ich gehe mal hier links rum. Das tat irgendjemandem weh. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hier. Geil. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Ich gehe mal hin. Dann bin ich, das macht drauf gleich her. Diese Musik ist auch nicht genug. Du kannst mich auch nicht genug. Und du kannst schauen. bei mir geht es 25er ich sehe nichts ich sehe mich nicht bei mir bei dir? mhm ich habe gerade einen zombie treckert eigentlich sind sie beide noch auf der hausseite drüben ich habe nichts mehr zum heilen dann hoffe ich dass du nicht in meine fallen reinläufst die sind da noch 100 hier sind brauchst du gerade heilung? ne ich habe eh ich habe jetzt 100 habe ich und 25 fehlen mir also da war die noch mal ein bisschen ich habe packetlust ich habe eh 125 ping ich habe gerade alles mhm die gehen nach oben ist auch da woher sollen die denn? ja äh meine Waffe geht nicht mit hoch was ist denn das jetzt schon mit Scheiß? den Scheiß jetzt hinterm Compound ne? mhm was meinst du war das Kettenpistole oder war das? geh aff du ich bin äh ach du oh ne na du blöd man das ist ansonsten eine Toolbox falls du sie noch nicht geholt hast ne? ich brenne gerade warte wir gehen direkt links rum meine fallen jetzt fehl am platz hm wir laufen hier relativ close gibt es mal ein Ding etwa? ne ich hab gerade angespannt aber hier das ist mal ein großes dynamitbümmel das ist mal ein großes dynamitbümmel das ist halt wie rot alter läuft rechts da hinter sind meine fallen da schade ist jetzt so gut klappen können auf mach kürz auf mach witz geil oh oh hhhhhh 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 so sehr schön hhhhhh hhhhhh Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Äh, Afterwolf. Mhm. GG. Falls sie noch da sind, glaube ich auch nicht. Darf ich übrigens noch mal mit den engsten Uppercut? Nein, nein, ich bleib beim Bogen. Ich treffe meinen Uppercut nicht. Doch. Nein, ich nicht. Das ist wie wenn du mit der Sparks nicht triffst. Ja, das stimmt. Okay. Also ich habe alles noch. Bei mir leuchten alle Lampen. Ja, dann lass es mal rausgehen. Also manchmal irritiert es dann doch mit dem scheiß Cursor. Ja. Warum musst du mir kurz rausfinden, damit es weg sein? Hatte ich schon gemacht. Und die nicht? Nein. Dann musste man kurz vom Fenster raus und dann wieder umgekehrt. Ja. 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 Ja.